ja hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play minecraft so mit einer komplett anderen musik jetzt im hintergrund und zwar ja brauche ich mir jetzt auch keine gedanken zu machen dass diese verdammte tonspur nicht mehr im arsch ist weil ich jetzt komplett alles mit fraps aufnehme und definitiv eigentlich keine lust mehr habe hier ich habe da extra noch das inventar leer gebräumt bla 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 ja ich wollte das ja deaktivieren aber ich spiele auch immer noch im singleplayer müsste wissen ich schließe mal eben noch photoshop das zieht unnötig arbeitsspeicher ja musik von minecraft brauchen wir jetzt nicht passt soweit so ich habe erzählt in dem video was wir alles gemacht haben ist nicht viel gewesen aber immerhin haben wir trotzdem was gemacht ich wollte im letzten video langsam anfangen unseren ja unsere sachen jetzt zu sortieren und das sind wir am besten jetzt mal machen die lava eimer die habe ich wieder geholt also wie gesagt ich bin ja da gestorben und ja dann habe ich ja auch wie genannt dass ich auch meine sachen soweit wieder gekriegt habe dann werden wir als erstes die bretter nehmen also ich sortiere das jetzt einfach mal so einfach nur frei schnauze sortiere ich das jetzt einfach mal so gerade erde 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 kies kies ja warte mal da kommt noch stein nicht stein bretter erde nein erde 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 kies kies koppel 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 das sand die blöcke ja und glas machen auch noch blöcke kürbis wir haben ziemlich viele kürbisse ok koppel holz die kommen da auch noch rein die kloppen rein pflastersteine steine steine stein erde damit wir halt ein bisschen ordnung haben das können wir da drin lassen das lassen wir auch drin das da das nehmen wir raus raus damit das auch raus der kompass muss raus gold muss raus ist uns auch übrigens ziemlich viel verbrannt das wie die samen die samen ja dann tun wir schon mal langsam wir haben werkzeug und anderes hier in unseren hier in unsere stufen teil da werden aber nur die untersten verwenden weil die bei den obersten ja das sieht man da nicht mehr so gut ja dann kommen die hier noch hin das noch genau das rezeptbuch wollte ich ja auch noch mal erklären das ist ein mod den habe ich auch das die habe ich auch erstellt wenn man rechtsklick drückt kann man auch weiter scrollen und dann kann man sich die sachen angucken die man ich finde den mod nützlich ja ich könnte mir sagen ob ich ihn behalten soll oder einfach löschen soll wieder den mod oder ihn gar nicht mehr verwenden soll ähm soviel dazu röpsa so erstmal die ganzen scheibenkleister hier raustun ähm werden erstmal unterteilen in essen 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 wir haben sehr viel bohnen oder wir sagen so die reihe ist essen anbau äh hier kommen die ganzen samen an hin so ähm zäpplinge kommen dann da hin die sticks hatten wir da drüben das essen kommt dann da ganz oben hin zäpplinge kommen da hin da hin Zuckerrohr tun wir einfach bei dem wie dazu Faden Knochenmehl bla bla hm hm ja hm die Farben die tun wir dann da sortiert hin bonenmäh kommt natürlich auch dazu Spinnenauge ja hm hm ja hm ja hm 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 Spinnenauge Türen Spinnenaugen Augen und Türen Das könnte man auch noch hier hin tun Papier Redstones Stoneys Okay, ja Neue Truhe Ah, stimmt, da muss man ja einen freilassen immer Ich glaube, da tun wir die Sticks raus Und tun dafür Den Redstone da rein Und Die Bücher Dann kommen da die Stöcke hin Dann die Leitern, dann das hier Bla 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 Das da, dann Papier Dann das hier, dann kommen da noch mehr Sticks rein Ähm Hm, 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 hm Faden TNT Lava Eimer Faden Leder Äh, äh, die Dinger hier Den Lapis Ja, unser Schwarzpulver, der brauchen wir auch Ja, den Zaun, den packen wir dann dahin Die eine Fackel, die nehmen wir einfach mit und verbrauchen die irgendwo Äh, Kiste, die tun wir Äh, äh, einfach rein unser Regal Gammelfleisch kommt rüber Warum ich das mit reingenommen hab, weiß ich jetzt auch nicht Ähm, ja Da haben wir noch Stein Das ist ein dämliches Spinnauge Pilze können wir noch bei Nahrungskiste rein tun Ah Okay, hier kommen noch Stein Das Gammelfleisch, tun wir unten hin Bei noch nicht essbarem Zeug Beziehungsweise Nicht empfehlenswert essbar Zeigen wir, dass wir noch zwei Kisten haben Ja, und dann sieht das ja schon wesentlich besser aus Oh, da haben wir auch noch Gold Ja, wir müssen mittlerweile mit Holz arbeiten Da drinnen Da hab ich überall mal verteilt, was wir da so reintun Jetzt sind wir 25 davon Und jetzt haben wir unter Jetzt haben wir das schon etwas besser unter Kontrolle Und tun wir das so Joa, 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 joa Ähm Ja, mamam, mamam, was machen wir jetzt Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt Ähm, äh Bücher Rezeptbuch Die sehen sich ja überhaupt nicht ähnlich, ne Ähm, dann brauchen wir unsere Karte Unsere Karte Am besten so rum Karte Bogen brauchen wir jetzt nicht unbedingt Ich weiß jetzt gar nicht, was wir überhaupt machen Wir nehmen uns ein Stack Stickis mit Dann glotzen, ob wir noch ein Stück Kohle hat nun anscheinend nichts mehr übrig Das ist auch nicht gut Ist schon Nacht Shit Und Aha Du kannst jetzt nicht schlafen, weil es sind Monster in der Nähe Achso, deswegen konnte man nicht schlafen Äh, waren zu viele Monster noch in der Nähe Äh, wo seid ihr? Böses Monster Ja, stirb Ja Wir können auch gerne, liebe Monster, wir können gerne weitermachen Wo wir im letzten Video Eigentlich, ja gut Das habt ihr ja jetzt nicht gesehen Was wir im letzten Offscreen-Kram da gemacht haben Aus Versehen, aber ja Offscreen, hab ich euch ja erklärt Ich hoffe mal, äh Dass sich Leute dafür trotzdem Äh Ja, sagen wir es mal so Dass die Verständnis hatten Aber so wie ich das Video gesehen habe Mit diesen zwei Likes Scheint es so, dass es, äh Dass es okay ist Und Was soll das jetzt? Chill Okay, äh Das sollten wir hier mal echt alles wegmachen Oh, kriegen wir ja auch noch Körbissamen Und auch nicht gerade wenig Lalalalalala So, dann bauen wir das gleich zu Und dann wären wir nämlich hier unten drunter Weil ich meine hier unten drunter Wechseln wir wirklich nichts mehr Dann tun wir das da alles hier rein Ja, und ich glaube, wir gehen uns jetzt auch Erde holen, mümmeln noch was, wollen uns das Wichtigste, was wir vergessen haben. Essen! Ja, da haben wir das Dach drüber gemacht. Ich hoffe mal, dass sich die Leute das Video komplett angeguckt haben, auch wenn es wirklich eine Stunde dauert, das Video. Da konnte ich leider nichts ändern. Aber, ja. Kann aber, ich weiß nicht, was ich sagen könnte. Hm. Einen mitnehmen. Ich möchte mal was Lustiges machen. Äh, hier ist wieder Gammelfleisch. Das sollten wir dann dafür. Dann kloppen wir unser ganzes Essen hier rein. Könnte mal alles gebraten werden. Hier, machen wir hier alles so, kochen hier. Hm. Kürbissamen. Äh, ich glaube, wir nehmen noch ein, ich glaube, wir nehmen noch ein Stack mit. Und Schaufel müssen wir auch mitnehmen. Wer weiß, wie viel, was wir noch machen wollen. Swincare. Äh, wir werden die Farben einfach umbuddeln, deswegen, dafür bin ich jetzt. Wasser müssen wir halt Neues beschaffen, ne? Erstmal müssen wir den ganzen Kram hier mal zubuddeln. Jo, erstmal das Wasser abfüllen, damit wir hier... Sollten wir vielleicht langsam machen, damit wir auch bloß nicht auf dem nassen Boden ausrutschen. Ne, das dürfen wir nämlich nicht. Nein, Spaß. Äh, warum ihr... Also, falls sich jemand gefragt hat, warum lädt er auf einmal nicht so viel hoch wie in den vergangenen Tagen? Ist einfach so, weil ich gerade wirklich gar keine Lust hatte auf aufnehmen. Äh, ja, sowas gibt es auch, dass man einfach keine Lust hat, um aufzunehmen. Das muss, da muss, äh, weil ich hatte noch so viele Videos, die kaum, äh, Klicks hatte. Da dachte ich mir, ja, warum heute so eine Folge davon rausbringen oder das, oder das. Wenn von dieser Folge noch kaum, äh, Leute geguckt haben. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich den Uploadplan ändern. Äh, und zwar, ich warte jetzt erstmal wirklich... Ja gut, das ist ein bisschen... Na, ist eigentlich dumm. Ist eigentlich doof. Ich glaube, ich mach's doch nicht. Ich wollte ja eigentlich warten, bis dann das Video mindestens ein paar Mal angeklickt wurde, dass ich dann... Na, das ist doof. Das ist echt doof. Na gut, und unsere Erde reicht nicht. Okay. Ja, äh, auf jeden Fall ist es eine so eine blöde Idee. Egal. Ähm, dann gehen wir ein neues holen. Ich dachte, wir hätten die da oben geöffnet. Geh' mal, einfach nochmal zwei Stacks holen. Und laufen als... Da-la-la-la-la-la... Ja... Wir sind ein Körbis-Mensch. Sorry, Leute, ich bin immer noch krank, ja. Boah, scheiße. Sorry, das muss echt nicht sein, vor der... bei der Aufnahme. Aber das kam gerade zu schnell. Na gut, das nervt auch ein bisschen jetzt mit dem Kürbis. Ja, Hust. Einmal rausspringen und füllen. Jetzt können wir das zwar nicht mehr drunter, aber das macht nix. Vielleicht ist es ja auch besser so. Hmm. Ja, passt so. So. Äh, ja. Jetzt ist es okay. Dann machen wir das noch ab, den Cobblestone hier. come! Mhm! Ja!